Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kinder, mein Name ist Armin Wolf vom Armin-Wolf-Lauf-Team. Wir starten hier in Ostbayern bei sportlichen Benefizveranstaltungen. Unsere Erwachsenen Sportler sind dabei und unsere kleinen Nachwuchssportler gehen da auch an den Start. Wir spenden auch immer für den jeweiligen Benefizgedanken Geld. Jetzt wollen wir ganz was anderes machen. Liebe Kinder, euch ist vielleicht langweilig zu Hause. Für euch haben wir ein sportliches Programm entwickelt. Macht einfach mit und lasst euch von Mama und Papa begleiten und unterstützen. Wir haben Top-Athleten in unserem Team. Heute übernimmt das Training. Hallo liebe Kinder, ich bin der Jonas Fischer. Ich bin Läufer beim Armin-Wolf-Lauf-Team. Und ich habe heute ein paar Übungen für euch dabei, dass euch daheim nicht ganz so langweilig ist. So, ich möchte mal starten mit einem kleinen Aufwärmen. Und was machen wir da? Wir richten uns auf, bitte. Und marschieren auf der Stelle. Schön die Arme mitnehmen. Schön marschieren. Und auf der Stelle marschieren. Jawohl. So, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Wir nehmen die Arme schneller. Links und rechts mit. Jawohl. Und noch ein bisschen schneller. Super. Und jetzt pflücken wir Äpfel vom Baum. Und strecken uns ganz weit nach oben und holen die Äpfel vom Baum. Und mit links noch einen Apfel vom Baum. Und den nächsten mit rechts. Und wir strecken uns einen links noch. Und das Ganze wollen wir noch ein bisschen schneller machen. Und schneller. Und schneller. Und den nächsten. Und den nächsten. Und noch einen Apfel. Und eine brauchen wir noch. Jawohl. Super. Und wir marschieren weiter auf der Stelle. Okay. So. Jetzt stellen wir uns bitte gerade hin. Nehmen die Hände auf die Seite. Schön an den Popo. Links und rechts. Und jetzt springen wir bitte mit den beiden Beinen einmal nach außen. Und die Hände nehmen wir nach oben. Wir machen den Hampelmann. Und nach unten. Und nach oben. Und unten. Schön in den Hampelmann. Und eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Super. Und wir marschieren weiter auf der Stelle. Schön weiter marschieren. So. Und jetzt ist ganz viel Schnee außen um uns rum. Wir gehen. Wir gehen zum Skifahren. Und wir machen einen Rechtsschwung. Und einen Linksschwung. Und einen Linksschwung. Und Rechtsschwung. Und links. Und rechts. Und links. Und links. 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 Rechts. Und einen noch rechts. Links. Super. Und wir marschieren weiter auf der Stelle. Schön weiter marschieren. Jawohl. Jawohl. Und jetzt ist der Winter vorbei. Und wir haben ganz viel Lava um uns rum. Und die Lava ist richtig, richtig heiß. Wir können gar nicht so richtig auftreten. Müssen ganz kurz auftreten. Wir treten ganz kurz auf. Boden ist zu heiß. Oh. Das tut weh. Ganz schnelle Schritte. Und noch schneller. Der Boden wird immer heißer. Und noch schneller. Super. Super. Und jetzt marschieren wir weiter bis hier. Super. Jetzt ist unser Körper warm. Und wir machen die nächste Übung. So. Dann nehme ich mal meine Matte. Leg die so hin. Dass ihr alle die Übung schön seht. Und zwar brauche ich da ein kleines Hilfsmittel. Und zwar ist da mein Helfer. Der Fridolin. Das ist unser Maskottchen vom Lauf-Team. Und der hilft mir jetzt dabei die Übung zu machen. Wenn ihr keinen Fridolin dabei euch habt. Zu Hause. Dann bitte einen Ball hernehmen. Oder einen Socken. Einen Socken hat zumindest jeder dabei. Den brauchen wir nämlich. So. Wir legen uns bitte hin. Schön liegen auf den Rücken. Und die Beine lassen wir bitte angewinkelt. So wie ich das gerade vormache. Und wir nehmen das Becken. Die Po nehmen wir bitte nach oben. Und werfen den Fridolin. rechts zehnmal bitte in die Übung. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Dann schmeißen wir den Fridolin auf die linke Seite rüber. Und machen das gleiche links. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Super. Jetzt legen wir ganz kurz ab. Schnaufen ein bisschen durch. Holen uns wieder Kraft. Und machen das gleiche nochmal. Ein bisschen anders. Wir legen uns wieder hin mit unserem Rücken. Nehmen den Po in die Höhe. Und nehmen bitte das linke Bein nach oben. Und jetzt hilft uns der Fridolin wieder dabei. Den schmeißen wir nämlich durch unsere Beine. Und unten durchgeben. Und durchschmeißen. Unten durchgeben. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Neun. Und zehn. Super. Jetzt machen wir das gleiche andersrum. Wir nehmen das rechte Bein in die Höhe. Und schmeißen den Fridolin von links nach rechts. Und unten durch. Zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Und der zehnte. Super. Gut durchgehalten. Und jetzt machen wir die letzte Übung. Das wird jetzt eine Übung ein bisschen für den Kopf. Und zwar brauchen wir da bitte Mama oder Papa. Die helfen uns nämlich jetzt bei der Übung. Und den Fridolin. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber dafür machen wir den Papa. Und zwar machen wir jetzt. Wir machen die Hocke. Nehmen bitte beide Hände zwischen unsere Beine. Und wir machen Froschspringe. Und zwar bitte zwei Stück ganz hochspringen. Und den zweiten. Super. Und jetzt nach jedem zweiten hochspringen. Nach zweimal hochspringen. Stellt euch die Mama oder der Papa eine kleine Rechenaufgabe. Für kleinere Kinder bitte eine Plusaufgabe. Drei plus sechs zum Beispiel. Und für die bisschen größeren Kinder machen wir bitte eine Malaufgabe. Und zwar machen wir da drei mal acht oder vier mal vier. Und dann, wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt, dann machen wir bitte wieder zwei Froschspringe ganz hoch. Und nochmal ganz hoch. Und dann stellt euch die Mama oder der Papa die nächste Rechenaufgabe. Da machen wir bitte diesmal acht plus drei für die kleineren Kinder. Und für die bisschen größeren Kinder machen wir bitte vier mal sieben. Super. Und das machen wir bitte dann noch dreimal. Wieder den Froschsprung. Und noch einen Froschsprung. Das macht es dann bitte noch dreimal. Und dann hoffe ich, dass euch das kleine Programm gut gefallen hat. Dass euch ein bisschen die Langeweile vergangen ist. Und wir freuen uns, wenn ihr bei den nächsten Übungen in den nächsten Tagen wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Ciao. Euer Jonas.